Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Battlefield Play for Free mit dem Technik-Turm 34, also mit mir. Und ja, zwischen der letzten Folge und dieser Folge ist gerade mal ein paar Sekunden vergangen. Aber ich wollte halt die Folge beenden, also von mir aus, wenn ich jetzt einfach so abbricht, es soll schon, ja, ist schon besser so. Ja, also wir gewinnen gerade. Da ist wieder Stuber, der weiß ja, wo es lang geht. Kennen wir ja noch von der letzten Folge. Und da fängt so ein Heli, ich glaube, der ist von uns. Und der wird halt mal abgeknallt. Oh, ein Heli-Fight. Ja, mach ihn fertig. Oh, scheiße. War das unserer, oder? Ich hoffe mal, es war der feindliche Heli. Hm, da ist wieder ein Mörser, mit dem wir leider nichts anfangen können. Weil hier niemand ist. Wir springen mal wieder in den Geländewagen rein. Oh, wo gehen wir denn hin? Ja, Unfall bauen. Dann nehmen wir einfach einen neuen. So. Hey, ich brauch ne Mitfahrgelegenheit. Das sind so Standardsätze, die man mit Q... Hier, Apollo... Und so. Der ist dann jeweils in der Sprache des anderen, glaube ich. Ich hab keine Munition mehr. Ja, schon für dich. Dann stirbt er. Dann hast du wieder welche. Taste zu Momomo. Oh, die Kontrolle über C verloren. Ja, da kommen wir doch gerade her, oder? So. Drehen. Rangieren. Und... Brumm. C. 70 Meter. 60, 50, 40. Waaah. So geht es. Ja, wir erobern uns gerade wieder zurück. Und irgendwas schießt hier auf mich. Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon. Sind hier irgendwelche Feinde? Hm. Hm. Oh. Nein, schon wieder. Wann kennen wir endlich mal jemanden? Und Sieg. Ja, Sieg. Geschafft. Bereit. Ah, warte. Oh, Spaß, ey. Einfach losfahren. Wir brauchen uns immer wieder mit Fahrgelegenheiten. Könnt ihr euch stecken. Ja, Heli. Wähl auch Heli. So. Ja, das ist so ein Zweier-Heli. Das sitzt mal vorne unten drin, wie man hier rechts unten sehen kann. und haben hier größte Geschütze. Nächstes Mal werden wir dann vielleicht Chat lernen. Wenn wir wieder einen Punkt... Wo fliegt denn der hin, bitte? Hä, warte mal, wo bin ich? Wo bin ich? Äh, Moment mal, hier ist eigentlich kein Kampfgebiet. Aber wir werden nicht bestraft. Hm, seltsam. Wenn man außerhalb dieses nicht gestrichenen Bereiches fliegt, in dem wir jetzt gerade nicht mehr sind, dann wird man normalerweise bestraft mit einem Tod. Atomkraftwerk. Ja, reinfliegen. Leber nicht. Oh, hab ich gar nicht gesehen, dass da immer es. Ja, ein bisschen... Ah, da, 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 da. Ah, das ist einer von uns, glaube ich. Ja, wo sind denn die Feinde? Ich sehe die, die sind so klein. Einfach mal schießen. Röt schon. Oh, ich glaube, ich habe gerade noch etwas Großes geschossen. Irgendwie. Das hier. Oh. Kaputt. Ja, wir leben immer noch. Ja, komm, flieg mal da rüber. Ich knall mal hier ein bisschen rum. Ah, nicht abstürzen. Nicht so gut. Schwer zu treffen. Oh, die schießen auf uns. Warte. Fuck. Ja, ja, ja. Ja, komm schon. Stürz ab, stürz ab. Oh, wir stürzen ab. Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut. Komm schon. Ja. Und, äh, fliegen natürlich wieder. Oh, hier ist einer. Stimmt. Oh. Alter, wie sieht der die bloß? Ist ja echt Talent. Ich will auch mal einen abknallen. Ha, Hilfe bei Coopilot Kill. Ich mache gar nichts. Der killt alle und ich kriege. Ah, komm. Ein. Ach, nicht. Ah, ich sage nicht so viel Chips. Also, hier ist ein Salzkörner unter meiner Maus. Oh, ein, ein, ein feindlicher. Oh Mann, ich will auch rankommen. Ich will den abknallen. Oh, ich glaube, der ist hier von selber erledigt. Ich komme nicht ran. Ach. Da, da, da ist einer da. Oh, oh, jetzt fliegst du wieder hin, Junge. Was soll? Ja, ich habe zwar den Fallschirm benutzt. So, jetzt fliegen wir mal. Oder? Nee, lieber nicht. Ist mir zu riskant. Ich kann nämlich nicht fliegen. Alter, der ist gerade gelandet. Das kann ich auch nicht. Habe ich mal versucht. Dann war es aus. Boah, ah. Scheiß Laternen. Geh mal hier weg. Geh weg, habe ich gesagt. Wo bist du denn hier? Oh, oh, nein, nicht. Oh, einen neuen Abonnenten auf YouTube. Oh, danke. Janik, sieh mal Janik. Oh, danke. Also, wenn du das gerade siehst, vielen Dank. Muss mich wieder konzentrieren. Noch acht Minuten. Dann weiß ich nicht, ob ich heute noch eine Folge mache. Die anderen haben ja null Punkte. Russen vorderen. Wee. Ja, schon wieder Geländewagen. Was hat... Aha, da ist ein Heli. Ich flieg mal direkt auf zu. Oh, der ist kaputt, oder? So, immer so schön aussteigen. Ein Panzer, ja, ich will einsteigen. Wir machen das gemeinsam. Hey, fahr mich nicht um. Ich baller mal da drauf. Hey, ich treffe schon mal. Ha, geil, ich hab den, ich hab den getroffen. Nachladen kann man hier nicht. Das geht automatisch. Ähm, ja, dann ist hier sonst noch sowas. Ja, genau, wir stehen jetzt da vor dem Flugzeugträger. Von den Amerikanern und knallen eben die... Die Helis ab, die da starten. Oh, hier ist keine Muni mehr. Nachladen. Treff ich? Nein, ich treffe mich. Ach, komm. Ich will treffen. Mann, jetzt hier unendlich Muni. Jetzt, jetzt, jetzt. Woi, ah. Drauf. Ja, Hilfe bei Kill. Sauber. Und jetzt mal wieder ein bisschen fahren. Genau. Chat will ich auch mal fliegen. Bestimmt geil. Oh, das ist einer von uns. So, mal der restlichen Muni. Jetzt will ich ihn wieder voll drauf bringen. 50 Stück. Passiert hier jetzt mal was? Ist doch langweilig. Fünf Minuten noch. Ui. Ja, ich balle einfach mal so in die Luft. Ich hab getroffen. Nochmal. Oh, kann ich mal nicht mehr. Oh, oh. Die steigen jetzt nicht aus, oder? Wieso fährt der denn weg? Keine Ahnung. Jetzt reißt mich da aus. Das wird zu langweilig. Ich will Action haben. Ja, genau. Hier, Action. Ja, Sieg. Dann würde ich eigentlich sagen, das war schon für die Folge. Weil jetzt passt es so schön, aber... Ach, komm. Die paar Minuten noch. So. Ja, endlich mal hier richtig geschützt. Minigun. Oh. Sat Style. LMT. Richtig geil. Dann flieg mal los. Flieg mal los, du geiler Hengst. Da fahren schon die Boote. Guck mal, der fährt im Kreis. Der kann nicht fahren. Ist betrunken. Äh, Kreis fahren. Okay, jetzt zum Abschluss der Folge noch ein bisschen Minigun. Wo sind denn die Feinde? Ja, wo sind sie? Denn. Halt, halt. Geilts. Oh. Aus. Raus. Nicht gut. Jetzt sind wir tot. Cephale. Cephale. Ja, da ist ein Brett runtergefahren. Geil. Halt, halt. Halt. Oh, komm. Immer davonfahren. Einsteigen und losfahren. Das ist das Motto hier von den US-Amerikanern. Oh, da ist wohl jemand. Falsch aufgekommen. Würde ich mal sagen. Da ist wohl jemand aufge... Jetzt lass mich da mal durch. Bitte. Na ja, da gehe ich eben außen rum. Da. Jetzt müsste er ein Mörser sein. Und ich höre ein Heli. Heli plus Mörser gleich. Kabum. Äh. Oh, das war unser Heli. Ja. Oh, Panzer. Will auch mitfahren. Halt. Panzer ist besser als Mörser. Komm. Renn, Junge. Renn. Renn. Bitte. Bring mich hier raus. Bring mich hier raus. Tolle Unterhaltung. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ja, jetzt haben wir noch die Kontrolle über A verloren. Ach. Nein. Weltzusammenbruch. Wir haben die Kontrolle über A verloren. Da steht er. Schuba. Hallo, Schuba. Wir kennen uns. Schuba. 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 Heli rum. Ja, ich knall mal drauf. So, ich treffe irgendwie. Ich glaube, ich habe einen getroffen, der an der Seite oder hinten drin saß. Das kam ja bei den großen Helis. Da sitzt du hinten rein. Du musst aufpassen, dass ich runterflieg's. Ja, juhu, fahren. Midi. Und eine schlechte Nachricht habe ich noch. Ja, der Backman will auf Minecraft zu spielen, somit auch Tackett, von dem gerade ein Let's Play da ist. Also, ich versuche ihn zu überreden, dass er nicht aufhört. Ja. Das wäre nämlich ziemlich scheiße. Da müsste ich schauen, dass ich einen Pyramid hinkriege. Und dann war's das auch schon wieder für diese Folge Battlefield Play for Free. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.